Wir haben den Rasierer, der die Welt im Sturm erobert hat, noch besser gemacht. Wir haben ihn neu konzipiert, neu entwickelt und neu gebaut. Und das Ergebnis ist weltweit einzigartig. Mediashop präsentiert den brandneuen Microtouch Titanium Solo. Der kabellose, wiederaufladbare Präzisionsrasierer, der einfach alles kann. Rasieren, Trimmen und Stylen. Die perfekte Haarentfernung am ganzen Körper mit Titanium-beschichteten Edelstahlklingen für höchste Präzision und Langlebigkeit. Für die perfekte Rasur in beide Richtungen mit 200 Mikrovibrationen pro Sekunde. Der geniale Ultraflex-Rasierkopf passt sich jeder Kontur perfekt an, sicher und sanft, aber unerreicht in der Leistung. Darum hat sich auch US Open Tennis Champion Dominic Thiem für Microtouch Titanium Solo entschieden. Ich brauche einen Rasierer, der zuverlässig ist, lange durchhält und perfekt rasiert. Und der Solo ist da genau richtig. Was macht Microtouch Titanium Solo so genial? Durch die 200 Mikrovibrationen pro Sekunde erwischen Sie jedes Härchen. Nichts rupft oder zupft. Das ist Rasieren auf höchstem Level mit größtmöglicher Präzision und Kontrolle. Sie erhalten drei professionelle Rasieraufsätze für die exakte Länge, die Sie brauchen. Aufsatz draufstecken und Sie zähmen jede Bartlänge. Rasieren Sie exakt nach Ihrem individuellen Style. Aufsatz runter und Sie erleben die perfekte Ganzkörper-Haarentfernung. Ohne Schneiden, ohne Schrammen und ohne unangenehmen Rasurbrand. Der geniale Ultraflex-Rasierkopf passt sich jeder Kontur perfekt an. Trimmen Sie Koteletten und jede Art von Bart mit einer Präzision wie nie zuvor. Rasieren Sie jede Kante akkurat und trimmen Sie den Bartansatz, wie es normalerweise nur Profis im Barbershop schaffen. Sicher und sanft zur Haut, aber kompromisslos in der Leistung. Du willst den Champion unter den Rasierern? Dann brauchst du Microtouch Solo. Er ist einfach der Beste.